Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Bissl Lift Off und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen wie gut der Bissl Lift Off auf Langfloor Teppichen funktioniert. Das Floor von dem Teppich hier ist 2,3 cm lang und was wir hier gleichzeitig auch einmal ausprobieren können ist gucken wie sieht so ein Teppich dann aus. Von unten ist er doll nass oder geht das eigentlich. So wie man sieht rein von der Funktionalität her überhaupt gar kein Problem. Der Teppich ist ordentlich feucht und jetzt wenn man einmal über dieselbe Stelle drüber geht ist er von unten auch nicht zu sehr genäßt. Prinzipiell das Floor wurde jetzt nicht durch die Bürsten sonderlich beschädigt. Man sieht es ist alles weiterhin sehr schick. Was ich dann jetzt im Verlauf noch ausprobieren möchte weil das ein relativ neuer Teppich ist, ob der chemische Geruch den der Teppich hat, ob der durch das Reinigen mit dem Bissl auch ein wenig verschwindet oder ob das keinen Einfluss daran hat. Aber bisher muss ich sagen also auch Langfloor Teppiche kann ich mit dem Bissl reinigen überhaupt gar kein Problem. So und das war es dann auch mit diesem kleinen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.